Scheidkolben, alles klar, verkauft. Ja, ich brauch Scheid. Zu spät ist verkauft. Okay. Wir sollen jetzt das Wasser in der Pumpstation wieder hinten anstellen. Der hier? Wollen wir erst mal hier mit allen reden, oder? Erstmal haben wir nichts. Ich würd eigentlich erst mal ein bisschen noch überreden und so, und schaden uns. So. Und vor allem modifizieren, wenn's noch geht. Ja. Oh. Ich kann nicht trainieren. Übrigens ist Hank hier ne Karte an der Wand für Schnellreisen. Ja. Muss aber nicht sagen. Ich hab übrigens noch ein mittleres Mediket, also falls jemand von euch verletzt ist, kannst du ihn dann sogar heilen. Super. Ja. Also meine eine Waffe macht jetzt 258 plus 221 Schaden, also insgesamt über viel halt. Ja. Oh, die sieht gut aus jetzt. Komm ich mal draußen, solange hier nix böses auftauchen braucht. Wer hat dir schon wieder alle Koffe geöffnet? Naja. Ach hier, das ist das Lager. Stimmt. Nein, hier ist noch einer zu. 20 Dollar. Kann man hier nach oben? Ja, kann man. Da ist aber nix. Naja, Mutter Helen müssen wir. Fakt. Ich hab einen Fakt gefunden. Fakt ist, ich hab einen Fakt gefunden. Ah, fuck, ich bin halt tot. Was magst du? Die Musik noch im Hintergrund. Ja, wir brauchen mehr Alkohol. Wir brauchen mehr Alkohol. Ja, das kam bei mir auch gerade. Ja, ich nehme mal Alkohol. Ach sind die Mutter Theresa Müll natürlich mehr Alkohol, ist klar. So, so. Schlechtes Vorbild. Es fängt draußen an zu fissen. Ich glaube ich auch. Ich bin gleich hier explodiert. Ich glaube, der Mark meinte ingame. Ja, ich meinte auch ingame. Ich bin jetzt gerade hier. Ja, das solltet ihr irgendwann auch noch in nächster Zeit. Ja. So, meine Westen. Wir sind jetzt hier Mutter Helen. Was hast du reingebrochen? Hier haben wir schon angeschwatzt. Jetzt komm mal raus. Jetzt komm mal auf. Wir haben schon nichts angeschwatzt, Sam. Wir sollten eine Pumpstation wieder in Gang bringen. Schlecht mal. Wir sind im Urlaub. Ja, das ist natürlich gleich mal 400 Meter weit weg. Lass uns den fahren. Und? Das ist auch der aner. Es regnet. Es ist schon kühl. Na toll, wir können wir hier fahren. Na hier. Ich bin hier bei dir. So, also wir dürfen echt durch die Stadt laufen. Ist das nicht nett? Ja. Oh, hier ist mal gut gesagt. Gut haben. Also dafür, dass es in der Stadt ist, ist echt wenig los. Ja. Ein wenig Technik. Guck mal, was da gerade kommt. Ist jemand verletzt von euch? Kann man sehen, hier ist ein Frischchen? Ja, da ist ein Zombie. Ich dachte gerade erst, das wäre wieder so ein Fetti. So aus. Boah, ich hab gerade 900 Zahner. Ja. Also meine Waffen machen jetzt echt gut schlagen, ja. Hey, das war mein Freiburg. Hey, Leute, es ist hier voll falsch lang. Ja. 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 Ja, wir gehen wieder oben rum. Ja. Ja. Hey, guck mal, Flaschmob. Ja, ich glaub euch sehr dankbar, wenn ihr hier hochkommt. Ups. Flaschmob. Stört, Oma. Wir können von uns eigentlich verschiedene Stufen haben. Das sind nur noch irgendwelche Tote. Oh, ist Medikett. Entweder stark Tote oder schwache Tote. Ah, man kann Medikett benutzen, wenn man B drückt. Oh, was hab ich denn jetzt so geil gemacht? Medikett, ja nicht. Medikett, ja nicht. Ich hab Medikett benutzt. Marc? Ja, ich komm jetzt zu los. Ich hab nochmal so viele geworfen. Alter, wie ich einfach mit zwei Schlägen schon ein Zombieplatz machen. Schick. So. Rack. Das sieht ja aus wie ein Aufbruch. Hey, Vorsitz. Ah, okay. Zombie stecken jetzt extrem wenig ein, also kriegen sehr viel Schaden jetzt. Aber teilen auch sehr viel aus. Mhm. Ja, muss auch sein. Boah, ich werde einfach zu Tote treten. Die Hure. Nehmen wir mal was Energy-mäßiges, wenn du sagst mal Bescheid. Aber du hast die Plastikflaschen, ne? Ja, mit Dicks Tränen. Ja. Doch. Weg ist der Kopf. So. Ganz schon brutal, das Spiel fehlt mir auf. He, nein. Marc, hier ist das für dich ein Küchenmesser. Ja. Da hat er noch. In der Kiste. Ah, Mann! Das ist noch eine gute Idee. Okay. Warte mal. Wie mach ich? Hab grad ne Klinge aufgenommen. Warum kann ich das nicht aufnehmen? Äh, vielleicht ist dein Inventar voll. Wird mir nicht angezeigt. Es kommt immer nur ausgerüstet. Hier ist ne Händler, Leute. Was ist da? Ich trüppelte Morgenstern. Oh, Mann. Was gibt's hier noch so? Eigenbau-Doppel-Klinge. Das ist was für mich. Könnt ihr die mir... Oh, mein Händler. Wow! Die frühe Fotze denn jetzt her. Ich springe. Na, keine bösen Wörter, Marc. Leute, ich hab mal Hilfe gebrauchen. Komm mal, Schatzi. Na, sorry. Und wie komm ich hier wieder raus? Ja, zu spät. Ich hab keine Regeln gekriegt. Leute, ich hab jetzt auch alle Felder frei für Waffen. Das auch nicht. Ich springe ja schnell. Ja. UAH! Da ist ja ne Leiche! Du bist ja so ein Zombie. Das hab ich nicht mal gesehen. Wirklich? Ich hab dich nicht gesehen. Ich hab mich geschockt. Das hat mal gemacht. Ich bin hier zu Boden gegangen. Jetzt krieg ich mein Messer. Und ja, eigentlich wird dann... Okay, man kann ja unten im Rohr gucken. Aber glücklicherweise hat sowas toter. So, falls jemand von euch verletzt ist, ich hab ein paar Mad-Kids gekauft, da kann ich euch dann halten. Ich bin nur noch hier raus und wir vorher kommen. Hey! Oh, davon ist noch Zombie. Sepp, 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 Sepp. Lecker steht, du bist verletzt. Ja, ich ein auch. Klopp. Ah, nicht die Fäuste. Alter, ich... UAH! Was war das? Der war giftig. Die sind alle irgendwie giftig. Guck dir doch an. Ja. Soll dich doch mal haben? Leute, ich hab glaub ich ein Messer aufgehoben. Ich glaub ich. Sorry, Mark. Was? Ich hab irgendein Messer von dir aufgehoben. Ich hab grad... Denk dran, die lassen auch Messer droppen. Also nicht jedes Messer, was du hier findest, ist meins. Ja, ne. Dachte ich also aber. Polizierwerfen, Punk. Was? Punk? Muss ich Funk heißen? Hallo? Nicht Punk. Funk! Die Bitches! Ah! Das sieht auch so. Weil die safe kommt. Ja! Dong! Weil die halt alle schon einen Schaden kriegen, weil sie... Weil die Schlamm laufen. Nein, weg von mir, du kannst das Mist riechen. Leute, ich hab ne Pistole bekommen, wie geil. Na gut, du bist ja die Waffenexperte. Ey! Drückt! Also ich hab grad B gedrückt und dann konnte ich sowieso ne Spezialfähigkeit auswählen. Ja, du musst länger halten, ja. Hast du? Automatisch. Was ist das für ne Spezialfähigkeit, wie geil? Bei mir ist Raserei. Ich geh auch mit sowas. Ja. Wusste ich auch noch gar nicht mehr. Ey. Ja, ich hab's neuen auch die ganze Zeit rumprobiert. Ich wusste nicht, ob welches hast du das. Weil du vorhin gesagt hast, B ist, ähm, ähm... Medi... Medikit oder sowas. Jaja, wenn du kurz B drückst, ist Medikit. Und wenn du langen B drückst, mach sein Spezialfähigkeit. Weil bei mir ist schon Medikit auf H. Ja. Bei uns ist halt B. Hey, die Sonne scheint bei uns, hey. Und es regnet gleichzeitig, das ist ja interessant. Ja. Ich mach echt über 600 Schaden pro Schlag. Oh, da fängt wieder einer. Dankeschön. Ich glaub, das war das letzte. Hey, kann man reparieren und abbrechen. Oh, da ist wieder so'n Ding. Warte, ich wär's ab. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Nicht auf mich. Bam. Hötet aber auch die anderen Zombies. Ich hab'n Lappen gefunden. Oh. Kannst du verkaufen? Ja, das ist ganz praktisch. Wenn du sie abwürfst, ist perfekt. Oder wenn Felix halt so anschießt. Je nach wem. Und da sind wieder solche komischen Rauchenden. Siehste, das passiert, wenn ihr Zombies seid und raucht. Und was denn die Rauchenden, was haben die für? Die vergriffen. Ja, die haben die durch. Komm noch ein normaler vom Rappen. Halt um zu. Sollte wahrscheinlich irgendwie zu lange da sein. Das ist der Schmerk. Wow, okay. Halt um zu. Halt um zu. Ich will nicht wieder gehen. Enten kommt übrigens. Ja, schmerzen einfach ab. Hm? Werfen doch einfach ab. Wir werfen. Dabei. Werfen nochmal ab. Na, warte. Das war nicht so gut. Werfen nochmal ab. Ich werfen nochmal ab. Ich werfen nochmal ab. Das kann jetzt nicht gut ausgehen. Typisch, Sepp. Wollte halt mal gucken. Ich muss mich ausprobieren, ja? Du musst dich ausprobieren, ja? Okay. Ja, ich muss ja manchmal auch irgendwie anfassen. Ja. Das ist aber gut. Das ist aber gut. Werfen wir ihm immer helfen? Ich bin tot. Schon wieder. Ich bin grad wo ganz anderes. Alter, ich stand gerade bestimmt 20 Meter von dem weg und hab noch Schaden gekriegt. Hm. Muss ich damit, wenn es mal 5 Meter ist und das war auch eigentlich schon gut. Wir müssen da nicht hin. Wie gesagt, ich stande 20 Meter. 2. 20. Mega. Ich wollte eigentlich was zum Reparieren. Hör mal, der Woods ist wacky. Aber ja, den fünf ist wacky. Der Woods ist so wacky. Jetzt geht's von mir rein. Ah. Oh, Scheiß! Z1800! Ach du heilige Scheiß. Ja. Na? Achtelnutzer Stock, oh Wahnsinn! Was? Klinge? Lass mich durch, ich will meine Waffen! Hey, ich hab mindestens ein Messer mehr. Wenig, warte mal! Ich hab ein Messer Akzentrima! Warte, ich hab ein Messer Akzentrima! Warte, aufpassen! Das habe ich auf der Kiste! Verhülligung! Dachte mal, das war ich gerade meine Messer, ich hab den Mann! Ja, ich weiß! Das liegt am Mike, ich sehe... Riesensnack! Bring die Pumpstation und eine Kontrolle! Wow, die schießen uns ab! Aua! Ja, eben! Schießen uns ab! Das war ein bisschen mit Pistolen! Ne, das ist ein anderes Angriff! So! Ja, ne, das ist sie! Ja, natürlich! Aber das ist die Pumpstation, die wir einnehmen sollen, das passt schon! Schon richtig! So! Einfach einen Moment! Ich versuch' mal außen rum! Die Leute, die da leben! Das Spawnpunkt ist ganz schön weg! Hä? Ja, die schießen halt dabei! Wo stehen die denn überall? Na, auf dem Dach! Ja, auf dem Dach! Ja, auf dem Dach! Ja, hab ich schon unter dem Dach! Und bin dann gestorben! Ja, bei leben! Hier war einer stand! Kopf ab! Habe ich vorher niedergeschlagen eigentlich! So, Animo! Wuhu! Oh! Ach! Ich zieh' eine Zorri-Meute hinter mir her! Ja, komm hier rein! 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 Dann müssen wir jetzt mal gucken, wie kommen wir jetzt noch rauf! Und hier gibt's Snacks übrigens! Ja! Die Türen sind alle! Komm mal zu! Jeder schnappt sich noch nen Snack und dann gucken wir weiter! Lauf doch mal rein! Jetzt essen wir alle noch ein Eis und dann schauen wir mal! Mittelmäßig! Ich hab' auch ne Pistole! Machen wir ja ne Pistole! Der lag auf dem Boden rum! Hä? Sehen wir's? Was? Ich hab' dort angeschossen! Ne! Ja, zurück, zurück, zurück! Geh's nicht! Im Kreis renne! Bisschen zickzack! Ich geh' hier nochmal in den sicheren Platz hier rein und mir mal meine Pistole aus! Das sind übrigens auch Energy Drinks! Ja! Muss jetzt liegen mit mit mäßigen Pistole! Ja, wenn ihr die Pistole ab, dann schieß sie doch mal bitte ab! Ja, ich weiß, ich hab' hier gerade nur erst mal ... ausgerüstet. Oh, wo ist die mystische ... Na, auf'n Dach! Okay, hier haben echt eine Streit zu tun! Bis das mal die Leutung bringt. Na, komm, wir verwelfen! Ein bisschen in das Wasser ran! Wollen die sehen? er kann um den Film wie ich sagte es an Bistole ja aber ich kann meine Fähigkeit noch nicht einsetzen Schwächigkeiten die Sündung ich habe keine Munition mit der Sinsen der Wahl ist ja mein Fehler geht das Problem war das einfach keine Muni mehr hat er hat es so möglich dass Felix auch keine Muni mehr hat nein er nicht mal geschossen jetzt der zettel an der an der das war die nächste peter das kann nicht wahr sein aber ich kann textus nicht weil das aus der fähigkeit auch trotzdem schießen jeder von uns kann schien die streichen mal wieder normale waffen er warst du nachdem ist so wie eine normale waffe ich habe keine pistole das ist so wie gesagt das ist so ja aber das war meine Sonderfähigkeit ach so wenn du B drückst du hast die Pistole ach so ist alles so aus irgendwelchen Gründen ach so ja gut stimmt sich die Leute die Lippenfalle äh das biegelt der ja ne da umsteht noch zwei ich sehe noch zwei erste Karte